Nachbarschaft, ein großes Thema. Sehr gute Filme. Schaut sie euch bitte an. Nachbarschaft bedeutet Verbundenheit, füreinander da sein und stehen bleiben. Und das haben eigentlich alle Videos sehr, sehr treffend gezeigt. Das, was ich in den Videos gesehen habe, war eindeutig, dass die Menschen viel Freude in ihrer Nachbarschaft haben. Dass sie sie genießen und vor allen Dingen auch pflegen und hegen. Schauen Sie sich bitte die Videos an und nehmen Sie sich ein gutes Beispiel dran. Gesunde Nachbarschaften lohnen sich. An den Videos hat mir besonders gut gefallen, dass sie eine sehr klare Botschaft tragen, nämlich die, in einer guten Nachbarschaft geht es uns besser, man lebt gesünder und hat mehr Lebensqualität. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft, dass Nachbarschaft nicht von sich selber, aus sich selber entsteht, sondern dass man Nachbarschaft schaffen muss. Dementsprechend das, was wir an Beispielen gesehen haben, waren wunderbare Dinge, die kreative Lösungen dargestellt haben, wie Nachbarschaft gehegt und gepflegt werden kann. Das bedeutet ihnen sehr viel, weil den Aufwand zu machen, einen Film zu machen, zu drehen und dann einzustellen und einzuschicken, bedeutet Mühe. Und heutzutage macht man sich nicht so gerne Mühe. Deswegen bedeutet es für die Menschen sehr, sehr viel. Begeistert hat mich insbesondere, dass es kleine wie große Projekte gibt, die funktionieren können. Und deshalb hoffe ich sehr, dass das auch Leuchtturmprojekte sein werden, dass wir andere Menschen damit erreichen können und sie auch begeistern können. Bitte schaut euch diese tollen Filme an, die sind es echt wert. Und vor allen Dingen seht ihr daran, wie ihr eure Nachbarschaft gestalten könnt. Vielen Dank.